Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Hoffnung und ist ein symbolistisches Ölgemälde des englischen Malers George Frederick Watts, der die ersten beiden Versionen 1886 fertigstellte. Es unterscheidet sich radikal von früheren Behandlungen des Themas und zeigt eine einsame weibliche Figur mit verbundenen Augen, die auf einem Globus sitzt, spielt eine Laie, die nur noch eine einzige Seite hat. Der Hintergrund ist fast leer, sein einziges sichtbares Merkmal ist ein einzelner Stern. Watts verwendete absichtlich Symbolik, die traditionell nicht mit Hoffnung in Verbindung gebracht wird, um die Bedeutung des Gemäldes zweideutig zu machen. Während seine Verwendung von Farbe in Hopp sehr bewundert wurde, mochten viele Kritiker das Gemälde zum Zeitpunkt seiner Ausstellung nicht.